Ich bin gleich wieder da, ich drehe noch die ganze Zeit, wenn du was zu trinken holst. Und bin eigentlich quasi gleich wieder da, ich bin sofort, ich bin jetzt schon am Kühlschrank, mach die jetzt noch auf, mach ich, äh, hol das Snack raus, bin quasi sofort wieder da, Moment, ich bin jetzt wieder auf dem Sitz am Stuhl mit dem HZ, der los geht. Geht's hier los? Ich bin grün, ich bin Tim Grün. Da haben der Guna, der Daniel, der X-Splieder und ich ein bisschen Stronghold Crusader gespielt und ihr schaut doch mal hier, was da rausgeworden ist. Viel Spaß. Wo ist der König? Wo ist denn der, der Hurenkind? Da ist er. Echt, ja schon los. Treffen wir uns erstmal? Echt, ja schon los. Ja, geht einfach, jeder erstmal zu dem, ähm, wie heißt, Boah, scheiß drauf. Boah, halt ein Kornspeicher. So, und jetzt heik, jetzt feiern mich alle. Ja, ich bin schon, ich bin schon unterwegs, g'nummer. Tolle Buller, guck mal, oh, hier. Ja, ich mach mich immer mit rechts weg, äh, schnitt. Das ist noch voll, 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 so. Was ist denn, ich hab mal mega langsam, der Kral? Ja, der ist halt schwer. Der hat eine fette Rüstung an. Das ist ja, 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 ich hab' voll, wenn jetzt noch dran geht. Alles klar, ist ja, ich hab' uns. Das ist ja auch schon in den roten Lichter. Ich komm mal da hin, was weiter? Na ja, ist ja ganz Laun, hab' mich zu marschieren. Ja, das soll ich sein. Ich bin der Rote. Nein, das ist ja nicht. Egal, was du sagst, das ist ja eh immer falsch. Ich bin der Gelbe. Ich bin der, 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 ich bin der Gelbe. Ey, 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 der geht schon voll auf mich los. Der Wichser. Der Wichser. Du Wichser, du und so und du sparst, du dumm Sau, wa? Oh Gott, oh Gott. Bis die da sind, sind die tot. Ey, komm, bell euch mal. Ja, ich mach Reste ficken. Nein. Wir haben die Herzen. Ja. Also klar. Reste gefickt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Na ja, im Prinzip ist ja jetzt... Also, wenn ich, wenn Daniel auch nur einen Hit abbekommen hat, dann ist, äh, gewinnt es. Was soll denn der Clown, da ist das in dem Gern, der? Der gehört dir. Was macht der? Der verarscht den Blauen. Piss mal. Piss nicht. Hey, Clown kommt wieder hin. Falschling. Der Clown. Der hat halt nix zu tun. Da kommt einer. Metzling. Ich wollte doch den Clown töten. Mein Lord wurde ermordet. Ja, warum ist das so eine Schubkra... Schubkra... Ich hab gewonnen. Unfassbar, ich hab gegen euch gewonnen. Geil. Unglaublich. Du machst ewig gut bei Stronghold. Ja, aber... Das ist mal ein König. Der ist wenigstens auf dem Boden geblieben. Bisschen real, weißt? Ja. Könige, so Angela Merkel-Style, wo du denkst so... Nein, ich trinke kein Alkohol und so. Und der König sagt, komm, da geht einer, oder? So, alle du, was geht bei Ihnen? Um was geht's jetzt? Jetzt geht's darum, die anderen zu picken. Oh Gott. Alles klar, Gornz, ich bin unterwegs. Wie jetzt? Normalerweise? Wir benötigen Steine. Ja, das wird hier relativ fix gehen, schätze ich mal. Bist du bereit für meinen Angriff? Ja. Mega. Ich hab's sogar, Krieger. Mega Scheiße. Mega lustig. Die Idee. Es werden Rekruten benötigt sein. Ah, Stelle gibt's ja auch. Ja. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ähm. Was, 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 was? Warum? Es werden Rekruten benötigt sein. Jo, da kommt fertig, Digga. Hä? Wie kannst du den Rekruten schon Rekruten benötigt sein? Ja. So schnell geht das. Toll. Toll. Wir haben die Herrschaften über die Brunnen langsamer. Toll. Ich hab'n Witz. Darf ich'n Witz erzählen? Das ist ein Ritterwitz. Der passt jetzt voll ins Ding so. Passt auf, liebe Zocknudeln. Ein Ritter reidet durch den Wald und trifft auf einen Gnome. Steht hier noch irgendwie laba laba bla bla bla. Ja, jedenfalls erfüllt der dem drei Wünsche. Sagt er, alles klar. Erster Wunsch. Ich wünsche mir, unsterblich zu sein. Und er sagt, alles klar, kein Ding. Bin unsterblich. Wir haben nicht gelübt uns, mein Gott. Mein Pferd ist ein gutes Pferd. Ich möchte, dass auch es unsterblich ist. Alles klar. Unerfüllt. Pferd ist unsterblich. Und dann möchte ich gern alle Tussis wegfängen. Ich hätt' gern genauso ein Teil wie mein Pferd. Alles klar. Erledigt. Der Ritter reidet zurück in die Burg und erzählt dem Volke, Hören, ich bin unsterblich. Alle lachen so. Er, ja, komm, hau mir den Kopf ab. Mir egal. Da kommt einer, schlägt auf ihn ein mit dem Schwern und so. Passiert gar nichts. Unsterblich. Voll krank. Sagt er, ja, mein Pferd ist auch unsterblich. Alle lachen so. Ja, komm jetzt, oder? Pferd auch noch. Ja, Mann. Alle so wieder, ja, komm. Hau mir das Pferd ein. Passiert nichts. Pferd ist unsterblich. Nee, klar, kein Ding. Sag da und, was, was? Ich hab ein mega Ding. Ich hab genauso ein Ding wie mein Pferd. Alle so wieder. Digga, was? Also ja, ich verweise euch. Lässt die Hose runter. Kommt der eine. Boah, mega die Fotze. Ich find ja geil, dass wir den Gons gefickt haben. Igi, geh mal bitte jetzt auf Daniel. Der hat keine Chance. Der hat überhaupt, mach den jetzt nass. Igi, geh halt direkt auf Daniel. Mit deinen Pferden. Mit deinen Pferden. Lass dich doch bitte nicht vom Gons-Produkt provozieren. Ja, alle, warum auf mich? Lass dich bitte nicht vom Gruner provozieren. Bei ihm der Zeit bau dir jetzt auch noch ein. Nein, wenn du jetzt drauf gehst, hast du mega locker gewonnen. Lass dich von dem nicht manipulieren. Ja, dann hopp, auf mich bist du auch sofort. Du hast mir nicht die Chance gegeben. Äh, Waffe, äh, Dings. Einleihenzimmer. Er manipuliert. No, ja, das macht dann noch eine Formation. Geh doch einfach drauf und fick ihn. Halt doch mal die Schnauze. Ja, komm. Als würde ich das nicht sehen, Igi. Geh drauf. Machst du lang? In der Zeit macht er noch Einheiten. Ja, sieh, jetzt. Hier kommen noch zehn Einheiten. Ähm, wärst du vorher draufgegangen, dass du, hättest du locker geschaffen. Jetzt macht er dich kalt. Aha. Wo ist denn der? Hundes Snacker. Ich komm schon. Lebt der Gunnar noch? Nee. Wir werden ihn noch. Wir haben sich dann Einheiten. Der kommt ja schon. Der kam ja schon nach einer Minute. Ich hab noch keine Minute rum. Ich glaub ich. Nein, du wirst sattgemacht. Du bist plattgemacht. Ja, aber ich hab noch keine Einheiten. Morchelmörder. Ein Erträglicher. Keine Meuschelmörder sind tot. Morchelmörder. Lass den doch weglaufen. Morchelmörder. Was machen die? Die morcheln mich. Nein. Du musst sogar verbrengt laufen. Aber heute nur kurz laufen. Nein, das hätte ich freut. Du hast dich von der dunklen Seite der Macht ficken lassen, Iggy. Du bist eine Hure, Iggy. Eine Hure, Ignoti. Genau. Iggy, direkt auf die Spiegelmörder. Du kriegst eine Hure, Ignoti. Du musst jetzt genau mit den Einheiten auf die Spiegelmörder. Eine Hure. Eine Hure, Ignoti. Eine Hure. Ich krieg dir 5 Euro, wenn du das machst. Iggy, zieh die Hose runter und los. Ich hab ihm keine 5 Euro geworfen. Ja, fick mich bitte. Ich hab ihm keine 5 Euro geworfen. Ich krieg noch 5 Euro von dir, ne? Nein, das war eben. Und Daniel, ich krieg 5 Euro von dir, ne? We just be like Hure. Krieg. X, wieder. Jetzt ist deine Zeit, jetzt musst du drauf gehen, Iggy. Ja, wollte ich auch sagen. X, wieder. Der hat da nichts. Wo ist sein König denn? Er hat echt nichts. Geh doch drauf, Mann. Wo ist sein König? Der läuft jetzt ins Lager. Geh drauf, Mann. Jetzt läuft er wieder zurück. Geh drauf, Mann. Ja, chill. Die laufen ja doch nicht mal. 20.000 Pferde und los geht's. Pferde, Digga. Pferde. Die sehen stylischer aus. Wie wär's mit los, Digga? Komm her, schick deinen König raus, komm. Mann gegen Mann. Jetzt kommt er. Trau dich. Jetzt kommt er. Los, trau dich. Trau dich auf die Schnauze. Sag ja und dann fick ihn einfach mit was anderem. Komm schon. Komm schon. Scheiße, sie kommt nicht rum, los. Komm her. Mann gegen Mann. Pferes Match. Pferes Match. Du wolltest sie gerade platz machen. Das hast du auch nicht mal wussten, ja. Das würde ich dir nicht gefallen lassen. Komm zu deinem Turm, wo ich hergekommen bin. Dann hast du auch mal was. Hol doch deine Einheiten da auf dem Turm, du Idiot. Einfach alle drauf. Der hat gar keine Einheiten mehr. Komm, schick sie weg. Jetzt machst du ein Fifty-Fifty-Ding, ist doch scheiße. Hau doch alle drauf, einfach. Die ganzen Typen. Komm, schick sie weg. Schick sie weg. Schick deinen König raus, komm. Warum hörst du auf Iggy? Der hat nichts. Ah ja, genau. Perfekt. Schick sie weg. Der kommt doch fast. Mach eine Nasexung. Schick sie weg. Wie ein Schiff hat. Schick sie weg. Er verliert voll. Er verliert in seinem Game. Das ist doch nie. Schick sie weg. Schick sie weg. Schick sie weg. Der Crew-Fader in Person wird geflickt. Geht's auf. Schick sie weg. Zappel, lass ich doch zappeln. Schick sie weg. Mach mal nur mit einem. Schick sie weg. Schick sie weg. Man rückt dem Lord's Leben. Ja, genau. Erstmal schön anfliegen. Gebe mit dem Klauen drauf. Komm, bleib doch mal stehen. Iggy, hau mal sein Dings kaputt, bitte. Was für ein Dings? Den Typen, den Narren da. Der rennt weg, wenn ich ihn versuche, anzugreifen. Dann mach doch. Ja, komm. Wer zuerst will, Narren von dem anderen kriegt der Flieger in Herzen. Ja, komm. Komm schon, dann ist er da auf, weg zu rennen. Du hast, ich hab eh keine Chance mehr. Dann wartet doch, lass wer den Narren killt von dem anderen. Der Lord wurde ermordet. Den Narren von dem anderen. Der Lord wurde ermordet. Liga, warum gehen die nicht Holzhacken, die Huren? Weil es halt Huren sind, weiss. Das liegt nix mehr. Hab ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel überhaupt gar nicht kann. Die wollen halt lieber gefögelt werden. ich rotz halt mal drauf ja bringt ja nicht so viel dazu rotzen das lehrer wieder hoch das war es auch schon mit wir haben uns schön darum gebettelt und scheiße gelabert was das zeug hielt wenn ihr noch mehr sehen wollt dann klickt doch mal in der mitte auf den kurs der schriftzug da kommt ja zu meinem kanal wo er unter anderem auch ein stronghold crusader let's play findet ansonsten oben links ist das letzte zocknull video von dem guna verlinkt das gestern kam vielen dank fürs zuschauen da ist die die im lager was da ist die die im lager was da ist hier